Mist, er hat uns gesehen. So ein Mist. Bobby, das ist ein Kind. Was soll das, Bobby? Er muss doch hier irgendwo sein. Ja, aber wo? Wie ein Kaninchen auf und davon. Hey, vergiss ihn. Ist ja nur ein Kind. Das sagst du so, als wenn Kinder nicht zählten. Kinder können auch Aussagen. Bobby, bist du verrückt? Du kannst doch nicht Menschen umbringen, weil sie vielleicht was gesehen haben. Beruhige dich, okay? Los, komm mit und dreh nicht durch. Haben Sie mit Kids schon Glück gehabt? Nein, wir wissen nichts Neues. Der starke Stromstoß muss sein Basissignal beschädigt haben. Ich glaube, das wird nicht alles sein. Was könnte noch beschädigt sein? Bestimmt das Modul für Erinnerung, die Informationsbank. Michael, wie konntest du? Er steht da draußen, beschädigt, alleine. Bonnie, hör auf mit den Vorhaltungen. Ich bin auch angeknackst. Ich habe ihn noch nicht absichtlich allein gelassen. Ich nehme an, er ist draußen in den Bergen. Ich brauche dringend einen fahrbaren Untersatz, Dan. Michael, wir tun unser Möglichstes, um Kid zu finden. Aber im Moment hat etwas anderes Vorrang. Und das ist die Suche nach dem gestohlenen Nitroplastik. Es wurde genug gestohlen, um die ganze Stadt in die Richtung zu jahren. Ich glaube, dass das Ihre Hauptsorge ist. Aber meine gilt, Kid soll doch die Polizei den Sprengstoff suchen. Glauben Sie mir, unter anderen Umständen würde ich denken wie Sie. Ich würde sagen, fahren Sie los, suchen Sie Kid und kommen Sie nicht ohne ihn zurück. Aber es sind besondere Umstände. Und das ist ein Befehl. Hallo? Oh, ich verstehe. Danke. Der Hubschrauber der Foundation hat den Wagen gefunden. Er ist leer. Lassen Sie mich los, Mann. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Hey, ruhig, Junge, ruhig. Ich tu dir doch nichts. Dann lassen Sie mich los. Ich habe nichts getan. Ich kenne meine Rechte. Du brauchst für mich keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst. Wieso bist du dann getürmt? Weil ich dachte, Sie sind der Wildhüter. Der will mich schnappen, weil ich heimlich angle. Ich bin ehrlich kein Wildhüter, okay? Mein Name ist Michael Knight. Ich arbeite für die Foundation für Recht und Verfassung. Klar, also ein Bulle. Nein, ich bin auch kein Bulle. Nichts in der Richtung. Wie heißt du? Duck. Wieso? Freut mich, dich kennenzulernen. Bist du im Verein? Ja. Doppeltes W. Ist das der Name deines Klubs? Wayne Wright Warriors. Ich spiele Verteidiger. Ist ja klasse. Ich spielte in der ersten Mannschaft. Das muss aber schon eine Weile her sein. Ja. Da waren noch Dinosaurier in der Verteidigung. Weißt du was über den Wagen da drüben? Ja, ich bin eingebrochen, wenn Sie das meinen. Die Musikanlage ist noch okay. Ich hatte gehofft, du hast zwei Kerle gesehen, die den Wagen da stehen gelassen haben. Gesehen habe ich nichts. Sicher nicht? Ja, was soll das? Ich dachte, sie wären kein Bulle. Wenn du sie gesehen hast, würdest du es mir doch sagen, oder? Diese Orte solltest du nicht schützen. Hey Mann, ich schütze niemanden. Ich gehe jetzt. Ich schätze, du hast auch keinen schwarzen Trans-M gesehen, oder? Nein, sind Sie bald fertig mit Ihren Fragen. Ich habe was anderes zu tun. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Ist da einer drin? Und woher kommst du so plötzlich? Ich mag es nicht, wenn mir einer hinterher schleicht. Also verschwinde. Hilf mir, bitte. Hier kommt Night Rider. Ein Auto.